ja hallo ich bin wieder da ja da hat also ist ein sehr lustiger ja wirklich sehr lustig mein visier im also sag mal apple kommst du okay hat sie verliebt ha da hat mich überlebt wie cool nein nein okay okay die erste hälfte ist einfach die zweite hälfte ist aber ich will nicht wissen was ich da genau von ihm schlage aber nein keine ahnung ich will mich wissen ich weiß nicht dass die musik so leise ist aha sehr gut aber ich glaube ich könnte ich auch mal die musik ein bisschen lauter machen oder ich moment ah kamera ach ist haunt hier sieg 5 5 5 5 5 5 5 3 nein 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 kommt schon leute Alter kann das doch hier nicht zu machen nein 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 das ist doch hier da ist da die Musik ist vielleicht ein bisschen zu laut Oder? Ich hab keine Ahnung. Können Sie mich noch? Hallo? Ich sehe nichts. Das ist das Problem, wenn man nichts sieht. Ich schimpfte dich mal. Oh Mann. Ach komm. Äh? Wie? Die Musik? Aber komm schon. Alter. Das ist interessant. Okay, Moment. Äh. Sound. Hä? Ach, hier ist Sound. Ich mach mal die Musik auf 4, okay? Okay. Mann. Ich war ja am Hals. LOL. Warum ist das so groß? Okay. Äh. Ja, ich mag die Mucke. Ei. Warum? Mann. Ja. Ja. Mann. 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 Ah, ah. Oh. Oh. Oh, oui. Oui. Ah, oui. Alors oui, Das ist der Grund. Felix. Uh oh. Oh oh. Ist er tot? Oh! Das Feuer ist zerstört. Gut wiederhergestellt. Oh! Erwunschung freigeschaltet Wort vom Nordwindtal. Oh! Boah, Alter, wow! Ah, hier ist ja das Leuchtfeuer. Boah, Alter, wie cool! Und das hat mir 3000 Seelen ungefähr gegeben. Boah, voll episch. Voll wie ist der Wind da da... Da da so... Äh, ne? Wie jetzt? Okay, boah! Kommt das mir nur sofort? Da war der... Oder war der einfacher als hier... Äh... Gundir. Gundir, genau. Äh, als Gundir. Boah! Okay, Moment. Erbe des Feuers. Oder was das... Oder was das da war. Da... Ich... Noch was hier irgendwie bekommen... Da war ja irgendwas... Erbe des Feuers. Oder so, keine Ahnung. Ach, nee, Moment. Er wird das Feuers zurück erhalten. Nein, oder? Warte mal. Ich hab keine Ahnung, was ich da bekommen habe. Ich... Ich glaube aber auf jeden Fall, da stand eine 1 oder so. Ja, ich glaub das war das hier, oder? Ach, keine Ahnung. Ich schau einfach später nochmal mit der Aufnahme nach. Jo. Es war keine Ahnung, ne? Es war auch kein Zauber. Nee. Nee, es war nicht. Nee, okay. Alter, voll cool. Oh, wow. Alter. Ich wehe um das Cliff und halte das Banner hoch. Ui. Die Kamera-Perspektive hat sich plötzlich so... Oh. Und wenn ich das nicht mache... Iiiihihi. So. Alter Schwede. Die Brücke ist kaputt. Wie komme ich hier weg eigentlich? Das ist eine Kathedrale? Okay. Ist das ein... Vorörtchen? Dörfchen? Keine Ahnung. Alter. Voll krass. Okay, Moment. Ein bisschen epischer. Schwert. Rein. Kann ich eigentlich... Nein. Kann ich nicht irgendwie noch gehen? Ah, so genau. Kann ich doch. Kann ich doch... was? 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 Zum... Was? Lufttaxi. Huiii. Ich kann fliegen. Ah, so kommt man von da weg. Okay. Hey, noch ein Neustfeier. Boah, wie voll cool. Alter, das war ja mal voll cool. Okay. Von... von wo bin ich denn dort hergekommen? Ich bin da... Wo die Spitze meines Helps zu zeigen. Die obere Helps oder was? Nein, das war dort, oder? Alter. Ja, komm doch schon. Ja, komm doch schon. Ui. Ui. Wer sind die... Wer sind die... die dort? Achja. Äh... Ich geh doch mal dann kurz zurück. Reisen. Oh, das ist neues Gebiet. Okay. Boah, bitte. Um Nordventhal. Okay. Moment, heißt das, hätte ich die Dame... in der... also, dort in der Kathedrale im Schloss da... angegriffen und getötet, hätte ich dann... nicht hier weg können... dürfen... können... Wäre ich dann nicht hier weggekommen? Habe ich eigentlich die Spielversuche ausgemacht? Ja, habe ich. Huch. Voll cool. Was war das da für... Dinger. Ach du denn? Ich schaue genau. Schönes Fenster. Hey! Ich habe dich gesehen. Hey, 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 hey. Au. Und will die an du. Ach du bist das. Der da hier stand, okay. Was sind das hier für komische Dinger? Was sind das hier für Schildkrötenvobelmenschen? Ich meine, was wollen die hier? Was sind die? Keine Ahnung. Weiter geht's. Zurück, weiter zurück meine ich. Ich haue mich noch ein bisschen um. Mal gucken, ob ich hier was gesehen habe oder so. Äh. Achja. Folgendes bezüglich den Schilden, was ich beschlossen habe. Und zwar, solche mittleren Schilde, wie ich einen jetzt habe. Diese werde ich halt lieber primär dazu benutzen, um zu blocken. Und aber um zu parieren, dann würde ich halt irgendwie dann wechseln. Zu einem dafür geeigneten Parierschild. Ja. Ach. 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 Auf. Ach. Au. wow nein es sind zwei von denen ich habe keinen bock meine group zu verlieren ne 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 Die Füße Nein Nein Ah, da kommt nicht hier rein. Cool. Darf ich hier nicht hin? Hey. Ah, ah. Sehr gut. Da ist jetzt tot. Wo ist der Speertyp? Ah, komm her, komm her, komm her. Ich will nicht hochmütig werden. Oh, krass. Alter. Wer macht dir Schaden? Ah, komm. Ja. Geil. Jawohl. Aber jetzt ist meine Flackung. Also, ein Zauber zum Heilen wäre nicht schlecht. Wo ist hier der Dritter Lion Hardware, oder wie der hieß. Ich habe doch Glut aktiviert, ne? Oh, was soll ich die Spielersuche einschalten? Hä? Hä? Was war das nicht hier? Keine Ahnung, ich packe einfach Plemo. Ja, komm. Ich habe noch Loot, oder so, was ich da einfach nicht hatte, was ich noch mir anheimsten könnte. Da scheinbar nein. Da vom Oberhauptmann, Feldwebel, typisch. Nein, scheinbar bin ich hier fertig, aber was ist das da? Ist ja noch eine Treppe. Äh, ich warte mal ganz kurz. Jungs, L704. L704, L704. Sieh denn? L704. Los, geh weg. Nein, ich bin hier scheinbar durch. Okay, dann beende ich die Aufnahme. Es hat Spaß gemacht. Tatsächlich, ja, oh ja, hört hört, Dark Souls 3 war's, es hat Spaß gemacht. Ätherika, nein, Heuschelei, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.